Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. Nach dem traurigen Ende unseres Pferdes in der letzten Folge, weil er es einfach zu Tode geprügelt hat, kann man mal so sagen. Also geprügelt nicht, aber mit bespickten Pfeilen irgendwie so weit getrieben hat, bis es zusammengebrochen ist. Wir sollen noch mal 210 Meter nach da vorne. Hier haben die Mongolen auch schon richtig gewütet, anscheinend. Hier brennt alles. Na, wollen wir mal hoffen, dass sie nur lebt, ne? Ach, ich darf nicht gesehen werden. Okay. Das stand da nicht. Ah, naja. Das ist halt die Frage, können wir, ja, wir können. So, Aufzeichnung. Nope. Da war ich anscheinend zu spät. Das ist halt die Frage, ne? Wo gehen wir lang? Aber jetzt steht es da oben auch halt. Zum heiligen Baum, ohne gesehen zu werden. Da müssen wir irgendwie hin. Ich kann natürlich auch nichts tun, weil ich Ich habe ja eigentlich überhaupt keine Ausrüstung, ne? Da guckt auch noch einer. Da auch. Aber wir müssen vielleicht da unten mal lang. Toll. Ach, du kacke. Hier habe ich, glaube ich, erstmal Ruhe. Ich habe, glaube ich. Ich habe, glaube ich, noch nicht geplant. Aber ich habe mir, glaube ich, noch nicht geplant. Ich habe das, glaube ich, noch ein Seele. Ich habe das, glaube ich, noch nicht geplant. Ich habe mich, glaube ich, noch nicht geplant. Das sind die Teile, meine Güter. Dass ihr so viele Leute ver shimmerst. Also, meine Güter ist ein, Ökken. Ich bin gespannt auf die Schmerzen. Ja toll, sind wir noch vergiftet? Wirklich laufen kann er auch nicht. Gibt alles. Na toll. Spiele auf kann man, oder? Nein. Ja. Ja. Jupp. Äh, Jupp. Wie auch immer. Ich guck mich erst mal hier um. Vorräte und so. Leinen. Vorräte. Kunais und so soll alles voll sein. Kiste. Ich seh da einen Banner. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Ach, das kann ich nicht einsammeln. Das ist... Ähm, wo sind wir eigentlich? Oha. Ja. Ach, wir dürfen jetzt hier im Endeffekt auch gar nicht zurück. Aha. Gut. Dann fackeln wir nicht lang, ne? Dann gehen wir zu... zu Juna und beenden vielleicht Ehre und Asche. Ja. Ich habe das Kaffee gesehen. Ich krieg ein neues Pferd, ja. Okay. Aber wir haben wenigstens wieder ein Pferd. Alter. Echt übel. Okay. Okay. Das war's für mich. Was ist das? Ich weiße, was ich zu haben. Ich weiß, wie das in sich die ihn bestützt ist. Ich weiß, was es angebracht hat. Ich weiß, was ich einen Laugierst. Ich weiß, was ich. Und wenn ich ihn und umgebrachte, mich schlafen würde, dann würde ich ihn und schlafen, also wäre ich entschied. Oder? Ich Novell, nicht beides zu mir. Ich Exerc daily. ich bin nicht davon verletzt. Na gut, ey. Das hab ich so alles nicht erwartet. Und natürlich muss zum Ende hin nochmal Drama und so. Das ist ja normal, aber das sah alles so gut aus, ne? Dass wir der neue Fürst werden und all den ganzen Kram. Oh, da ist Erwe von Fürst Shimura antreten können. Und jetzt sind wir im Endeffekt nichts weiter als auch nur ein Verbrecher, der im Endeffekt verfolgt wird, ne? Mhm. Wir gucken wir erstmal, ne? Gut, ich glaube das machen wir sneaky, wa? Weiß nicht, wie viele sind hier? Ach, jetzt hab ich mich geheilt ey. Woll ich doch gar nicht. Giftpfeil. Gut, 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 gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay So Na Große Preisfrage ist jetzt Was habe ich denn überhaupt mal alles ausgewählt hier, ey Da Haftbombe, das ist gut Gut Die reagieren ja auch sofort, ne Oh 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 Was ist das? Jawoll. Das tun wir, nachdem ich mich ein bisschen kurz umgeguckt habe. Ja, wir haben hier wenigstens noch ein bisschen was. Können wir nicht rein, ne? Nö. Da waren wir drinnen. Stahl und so ein Kram. Na, das nehmen wir natürlich alles mit. Ei, ei, ei. Eigentlich sieht man ja, wenn da was drin ist. So wie da. Es leuchtet. Übelst erfroren, ey. Es leuchtet nicht mehr. Gefangenen sag. Das Mongolenreich nutzt Angst und Schrecken als Waffe, um seine Feinde einzuschüchtern und zu demoralisieren. Und zwar mit großem Erfolg. Besonders Bestrafungen konnten unfassbar grausame Formen annehmen. Ein Beispiel dafür ist die Einmauerung, bei der ein Gefangener über einen längeren Zeitraum in einen engen Raum gesperrt wird. Oft wird ihm auch Essen und Wasser verweigert, bis er irgendwann stirbt. Puhm. Nett ist anders. Auf jeden Fall. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Pfeile. Apropos Pfeile. Sprengpfeile. Immer den ganz normalen. Sprengpfeile. Entzünde das Signalfeuerwerk. Aha. Aha. orter. Anna. Alter! Alter! Rucki-Zuckigi das jetzt! Rucki-Zuckigi das jetzt! Rucki-Zuckigi das jetzt! Rucki-Zuckigi das jetzt! Kundschaft des Gelände des Tempels aus! Joa, das kriegen wir hin. Da bin ich mir nochmal ganz... Leichense und so... Guck mal, den... Den müssen wir nochmal hier... Sonst muss ich das Leid beenden! Kann ich nicht! Na gut, dann lassen wir ihn leiden! Ah, der hat was dabei. Nein, bringt mir nix. Finde den gefrorenen Wasserfall. Da hinten ist er. Geht's. Ich höre schon Schreie. Ich höre schon Schreie. Ich höre schon Schreie. Ich höre schon Schreie. Ich höre schon. Schreie. Ich höre schon Schreie. 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 Und den fetten, den nehmen wir mal. Fuck. Geiseln wurden getötet. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ätzend. Naja gut, ich würde sagen, dann machen wir das eh in der nächsten Folge. Die Folge ist jetzt vorbei, sonst wird die nachher zu lang. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Damit danke ich mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.